Bitteschön! 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 Da hüpft das Röppelbüt, grad hin und her gewöhnt. Es ist ein Verhängnis, dass der so dünn ist. Wenn ihr zum Opfus rutscht, dann ist er futsch. Dann macht's ein Pumperer, wir sind so furchtbar zusammenzuckt. Weil unser Gefühl hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brasen sind verbohnt, die Wand hat's eingedrückt. Das ganze Treppelbott, 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 das ist jetzt hin. Das ganze Treppelbott!